Liebe Freunde, was ist geschehen, YouTube? Herzlich Willkommen! Heute wieder der Killer und wir spielen den Fallensteller weil wir bis für den bis jetzt am meisten Perks haben. Was ist das? Geh schon mal zum Beispiel. Bildpunkte in allen. Okay. Und wir haben unsere Fallen schwarz angemalt. Damit unsere kleinen... Heute sind es Schweinchen. Fette kleine Schweine, die wir jagen. Vier fette kleine Schweine. Und wir werden sie töten. Alle nacheinander. Schwein. Immer schön aufhängen. Quälen. Wir lassen sie bluten, meine lieben Freunde. Die Kohlelager. Hm. Das ist nicht so gut. Gehen wir mal hier erstmal eine Falle aufstellen. Damit uns ja nicht überall die Leute juken können. Wie sie gerade lustig sind. Und jetzt suchen wir unsere kleinen Schweinchen. Wo sind unsere Schweinchen? Schweinchen. Schweini, Schweini, Schweini. Wo sind unsere Schweinchen? Hier nicht. Hier arbeitet keiner. Schweinchen. Oh, da haben sie schon. Schweinchen. Wo sind meine kleinen Schweinchen? Da waren sie gerade. Ah, guck mal. Ein erstes. Ja, Schweinchen. Ja, Schweinchen. Lauf, Schweinchen. Schlau. Schweinchen. Wo sind die anderen Schweinchen? Wo sind sie? Ja, 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 ja. Wo sind die Schweinchen? Ah, ja. Die läuft in Richtung meiner Falle. Oh, Schweinchen. Warte mal, ich höre sie hier oben. Hier oben. Da oben ist ein Schweinchen. Ja, da ist sie runtergehüpft. Da. Da ist das Schweinchen. Schweinchen. Wo wolltest du denn hin, Schweinchen? Ja, guck mal, wie sehr du blutest, Schweinchen. Ja, lauf. Lauf, Schweinchen. Oh, hast du dir wehgetan, mein kleines Schweinchen? Hm? Kriech. Kriech ein bisschen weiter, Schweinchen. Schön weiterkriechen, mein kleines Schweinchen. Da gibt es bestimmt Leute, die dir helfen. Hm. Oh, guck mal. Wo willst du denn hin, Schweinchen? Schweinchen. Komm mal mit, Schweinchen. Komm mal mit. Ja, komm mal mit. Vielleicht hilft dir ja einer, Schweinchen. Guck mal, die macht alle Generatoren. Da will dir keiner helfen. Will dir echt keiner helfen? Schweinchen. Oh, Schweinchen. Guck mal, da ist jemand. Da. Ich höre sie laufen. Wo ist das Schweinchen? Schweinchen. Hier vorne ist sie. Da, da, da. Ja. Mein kleines Schweinchen. Oh, lauf, Schweinchen. Lauf, lauf, lauf. Lauf, Schweinchen. Oh, und jetzt blute. Blute, Schweinchen. Ja, guck mal. Lauf. Ich komm zu dir, Papa. Hm, deine Freundin wurde gerettet. Schweinchen. Keine Paletten in sich. Das ist doof, ne? Oh. Schweinchen. Schweinchen. Komm mal mit, Schweinchen. Komm mal mit. Die eine wurde geheilt. Vielleicht helfen sie dir ja auch. Schweinchen. Häng dich mal hier hin. Los, Schweinchen. Hopp. Na, wo sind deine Freunde, Schweinchen? Hm, Schweinchen? Die machen alle Generatoren. Da vorne. Da, da, da ist einer gelaufen. Schweinchen. Schweinchen. Ich hab dich gesehen. Du stinkst, Schweinchen. Hallo, Schweinchen. Ja, lauf, Schweinchen. Lauf, Schweinchen. Lauf, lauf. Lauf. Hm, Schweinchen. Lauf, Schweinchen, lauf. Ach, guck mal hier. Da haben sie dir geholfen, kleines Schweinchen. Ja, hast du meine Falle gefunden, Schweinchen? Hm? Oh. Gucke mal. Schweinchen. 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 Oh. Willst du juken? Hm, Schweinchen? Ja, Schweinchen. Ja, ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Guck mal hier. Da holt einer die Basement. Da grabscht einer an der Kiste. Sag mal. Sag mal. Na ja, vielleicht hilft ihm ja einer. Oh. Hier ist jemand. Hörst du, wie sie stöhnt? Wie sie Angst hat? Hört ihr, wie sie Angst hat, Freunde? Sie ist oben. Das Schweinchen ist oben. Da ist das Schweinchen. Da spring runter, Schweinchen. Ja, gut gemacht, Schweinchen. Duke City ist hier. Oh, da haben sie das Schweinchen befreit. Guck mal. Schweinchen. Lauf, Schweinchen. Wo bist du, Schweinchen? Schweinchen. Schweinchen. Warum helfen sie dir denn? Sie sollen sich lieber sterben lassen, Schweinchen. Ja, ja. Schön wackeln, Schweinchen. Oh. Oh. Das Schweinchen ist tot. Da haben sie dir wohl einmal zu viel geholfen, kleines Stinky-Schweinchen. Oh, da hinten rieche ich sie. Wo sind die Schweinchen? Da hinten sind die Schweinchen. Es leuchtet rot. Erste Schweinchen ist weg, aber ein Schweinchen ist noch da. Und das ist verletzt. Ah, auch weg. Kleiner Triumph. Wir haben einen gekillt. Aber wir haben alle richtig gut verletzt. Wir haben sie richtig gut verletzt. Leider reicht das nicht. Schade. Ah, ich hab's noch nicht so ganz raus, den Dreh so. Also mir macht's einfach nur mehr Spaß, so ein paar Leute zu jagen. Ob ich da gewinne oder nicht, ist mir eigentlich relativ wumper. Es macht halt einfach mega viel Laune, den Leuten hinterher zu laufen, wenn sie denn so Panik haben. Ist schon ganz witzig. Ja, guck mal, was der schon für Perks hat. Ich glaub, der ist auch schon Prestige oder sowas gewesen. Wer weiß, ob der schon mal einen neuen Account gemacht hat. Also er hat halt schon überkrass viele Perks, ne? Ja, die haben eine Katze. Ich hab heute noch nichts mit einem Anfänger. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.